Oh Mann, das Gadget von Lou ist so nutzlos! Ist es das wirklich? Es gibt einen Fall, wo es wirklich gut ist, aber das Timing ist sehr schwierig. Das Gadget von Lou bildet einen Eisblock, wo er nicht angegriffen werden kann. Ein Schutzschild für eine Sekunde. Es hat allerdings einen Haken, er kann sich nämlich dann auch nicht bewegen. Damit ist er natürlich ein leichtes Ziel, vor allem für Nahkämpfer, die dann einfach kurz warten die Sekunde und ihn dann fertig machen. Aber bei Distanzschützen, die immer nur einen Schuss abgeben können, da kann das Gadget sehr nützlich sein. Der Schuss ist lange unterwegs, das Gadget im richtigen Moment gezündet, kann es dich retten. Das Timing ist aber sehr schwierig. Und es stellt sich dann die Frage, ob du nicht genauso gut oft auch ausweichen könntest. Also doch nur im Notfall wirklich nützlich.